Klingt nicht so gut, schmeckt aber umso besser. Bonduelle feines Salatgemüse. Nur noch anmachen, fertig. Bonduelle, das Gemüse, das glücklich macht. Bonduelle, das Gemüse, das glücklich macht. Lieber trocken trinken, als trocken feiern. Henkel trocken. Calgon macht den Härtetest. Nutzen Sie eigentlich Wasserenthalter? Nein. Wieso? Sollte ich? Dieser Schlauch ist so porös, dass er jederzeit reißen kann. Sehen Sie, dann steht hier alles unter Wasser. Oh je. Vor solchen Schäden schützt Sie nur Calgon. Der einzige Wasserenthalter, den führende Hersteller empfehlen. Es geht doch nichts über einen Bitburger. Bitburger. Bitte ein Bit. Das neue Cesar Delicroc. Der Gourmet Crunch. Es geht doch nichts über einen Bitburger. Neu in der Drittelliter Longneck Mehrwegflasche. Als Bitburger Premium Pils, light kalorienreduziert oder drive alkoholfrei. Seit 125 Jahren wird bei Hengstenberg mit Liebe eingemacht. Deshalb schmecken Knacksgurken so knackig wie selbst gemacht. Jetzt gibt's den vollen Geschmack von 5 Litern. kräftiger Hühnerbrühe. Eingefangen in der neuen flüssigen Maggi Gourmet Bouillon. Zum Beispiel für eine ganz besondere Hühnersuppe. Frische Karotten am dünsten, Wasser dazu und 4 Löffel Gourmet Bouillon Huhn. Die ist flüssig. Das gibt den vollen Huhngeschmack. Unser Tipp, frische Tortelloni dazu. Im Nu fertig. Mh, wie hausgemacht. Neu, die flüssige Maggi Gourmet Bouillon. Frühstück doppelter Espresso, 9 Dollar. Puts, 120 Dollar. Merken, dass die Hose offen ist, bevor sie was anderes tut. Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Eurocard. Übrigens, die flüssige Gourmet Bouillon von Maggi gibt's auch in den Sorten Gemüse und Trind. Mh, Maggi. London, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Der Tarif hält. Zwischenstopp in Brüssel. Es ist ziemlich windig. Der Tarif hält. Weiter Flug nach Rom. Die Sonne brennt. Der Tarif hält. Endlich zum gleichen Preis in vielen Ländern Europas telefonieren. Wo steckt denn unser Kleiner? Der hat ein Date. Scheint ein Date mit Duell zu sein. Uh, süß. Aber auch ein bisschen herr. Die Kleine. Sprech dir über mich. Dann über Hanuta. Wirf mal eins rüber. Hanuta mit knackigen Haselnüssen und feinherber Kakaocreme. Mh, willst du auch mal? Hey, der frisst dir aus der Hand. Ein wenig süß, ein wenig herb. Eben Hanuta. Sie mögen keine Gruselfilme? Dann sehen Sie jetzt besser weg. Schreckliche Vorstellung, oder? Das einzig wahre Barsteiner. Entdecken Sie die digitale Technologie des neuen Citroën C5 mit automatisch einsetzenden Scheinwerfern, mit Rußpartikelfilter beim HDI-Diesel, mit interaktivem Fahrwerk Hydraktiv 3, das sich auf jede Fahrsituation einstellt und mit einem Bremssystem, mit dem Sie einfach früher zum Stehen kommen. Der neue Citroën C5, sinnvolle Technologie. Und entdecken Sie den Citroën C5 als Kombi. Nichts bewegt Sie wie ein Citroën. Ich setze auf Gold. Der neue Express-Reis von Onkel Benz. Schon vorgegart, perfekt und köstlich. In nur zwei Minuten. Denn in gewissen Momenten kann der Genuss nicht warten. Der neue Express-Reis von Onkel Benz. Genuss in zwei Minuten. Erleben Sie jetzt die UE von Champions League wie nie zuvor. Alle Spiele live. Acht Spiele gleichzeitig in der Konferenz. Nur mit Premieren-Wort. Wodka Gorbatschow. Des Wodkas reine Seele. Schokolade? Nö. Maltesers. Maltesers sind so luftig leicht. Kleine Schokokugeln mit einem leckeren Knuspergern. Kämpfen wir drum. Maltesers. Maltesers. Die leichte Art Schokolade zu genießen. Es ist an der Zeit, sich zu erinnern. Mit Kabel 1 und Radeberger. Ein Kämpfer zwischen zwei Welten. Bill Kilmer in Halbblut. Sonntag um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Erinner dich. Wer spielte die Titelrolle in Batman Forever? Christopher Reeve, Michael Douglas, Bill Kilmer. Erinnern Sie sich und gewinnen Sie mit Radeberger, Fuchsturs und Lufthansa eine Reise nach China, in das Reich der Mitte. 0185 33 99 89, präsentiert von Kabel 1 und Radeberger. Die besten Filme aller Zeiten. Sie werden sprachlos sein, vor Entsetzen. Was ist nun mit diesen Menschen los? Aufgewühlt vor Zorn. Ergriffen von Trauer. Mississippi Burning. Nächsten Dienstag um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Jetzt geht's weiter mit Kabel 1 und Radeberger. Radeger.